Hallo, heute ist Sonntag, der 30. August 2009. Heute ist Kommunalwahl und ich gehe jetzt wählen. Natürlich gebe ich meine Stimme ab und während ich wählen gehe, habe ich euch noch einen kleinen Film mitgebracht. Bis gleich. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist Samstagabend. Wir stehen jetzt in Langerfeld vor der Freiwilligen Feuerwehr. Dietmar Bell und ich und im Grunde, Dietmar, wir haben 45 Filme gemacht. Es ist eigentlich alles gesagt, oder? Fast alles. Fast alles ist gesagt. Was haben wir vergessen? Ja, wir haben, glaube ich, vergessen Tschüss zu sagen, weil das war natürlich eine tolle Zeit, auch die wir miteinander hatten. Und ich habe vergessen, Danke zu sagen. Ich sage dir Danke und ich sage vor allem auch. Genau, ihm danke. Das ist Carsten Zanderner, den ihr jetzt seht. Er hat die ganze Zeit an der Kamera gestanden und musste uns ertragen und aushalten und hat das super gemacht. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Genau, lieber Carsten, vielen Dank auch von mir, dass wir immer gut in Szene gesetzt waren, dass wir ein schönes Licht hatten, dass wir schön aussahen. Ja, und das hat er wirklich klasse gemacht, oder? Hat er klasse gemacht und damit ist jetzt Schluss. Genau, das war es von uns, das war es von Bell TV und auf bald wieder. Alles Gute. Tschüss. globe. immort ». fr. Mats So, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich war wählen. Ich hoffe, ihr geht auch noch wählen. Ihr wisst, jede Stimme zählt. Wer schon wählen war, klasse. Und heute Abend sind wir schlauer und dann wissen wir, wie das Ganze ausgegangen ist. Wie es für mich ausgeht, das weiß ich jetzt schon, denn die Zeit des Bellscouts endet natürlich hier und heute. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Heide Köhler, bei Stefan Esser, Simon Geis und Cyril Eschweiler, bei Andreas Bialer, Servet Köxal, bei Daniel Kolle und Silvia Hapenjük, bei Heiko Mainz und Claudia Schmidt für den wunderbaren Bellscout-Fanclub. Ich danke euch beiden sehr herzlich dafür. Und ich möchte mich bedanken bei Lutz Krämer. Lieber Lutz, du konntest die letzte Woche des Wahlkampfes leider nicht miterleben hier in Wuppertal, da du ja in Bochum im Krankenhaus liegst. Ich habe dich sehr vermisst. Die Zusammenarbeit war klasse mit dir. Vieles wäre überhaupt gar nicht möglich gewesen, wenn wir dich nicht gehabt hätten. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Komm wieder auf die Beine und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dann möchte ich mich bedanken bei Carsten Zanderner natürlich. Der hat immer hinter der Kamera für uns gestanden, hat immer gefilmt. Er hat diese wunderbare Homepage gemacht und war in der Lage, alles umzusetzen, was wir uns so ausgedacht haben. Also auch lieben Dank dir, lieber Carsten. War eine tolle Arbeit. Ja, und last but not least bedanke ich mich natürlich bei Dietmar Bell. Lieber Dietmar, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Es war wunderbar für dich, Bellscout gewesen sein zu dürfen. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ich jetzt durch diese Türe gehe, ich bin ja mir schon so oft durch diese Türe in diesem Kostüm gegangen, dann werde ich der sein, der ich immer war. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Danke euch fürs Zuschauen und die Treue. Und bleibt Bell. Tschüss. 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 Turku.